Ich bin der Alpha-Soziopath, der Imperator am Start. Ich bringe heftigen Psycho-Rap, ich verachte eure Mainstream-orientierten Meinungen, meine Narben sind in der Seele, denn ich habe zu viel gesehen von dem wahren Gesicht des Mainstreams. Die Erkenntnis ist mein Vermächtnis. Aufruf gegen Mainstream, ich erkenne eure Schande. Aufruf gegen Survival Luft, der Fittest, die Mainstream-Sicht ist eine Kranke. Aufruf gegen Mainstream, ich erkenne eure Schande. Aufruf gegen Survival Luft, der Fittest, die Mainstream-Sicht ist eine Kranke. Sollte jemand meine Texte nicht verstehen, kann ich es ihm in einfachen Worten erklären, dass böse Menschen diese Welt beherrschen. Und die, die, was gegen das System sagen, werden als Kranke abgestempelt. Genau so funktioniert diese Welt. Doch ich würde lieber sterben, als ein Mainstream-Sklave zu werden. Die Maulenser sind wahre Rebellen. Survival Luft, der Fittest, ist ungerecht, doch ihr glorifiziert es. Euer Verhalten ist das Resultat von Primitiven-Trieben. Aufruf gegen Mainstream, ich erkenne eure Schande. Aufruf gegen Survival Luft, der Fittest, die Mainstream-Sicht ist eine Kranke. Aufruf gegen Mainstream, ich erkenne eure Schande. Aufruf gegen Survival Luft, der Fittest, die Mainstream-Sicht ist eine Kranke. Aufruf gegen Mainstream-Sicht ist eine Kranke.